Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Twice Rising und ihr seht schon, MG ist hier auch eine Zeit gefahren, Freunde. Gar nicht so eine schlechte Zeit. Ein besser als ich, aber ich will ihn hier auch nicht komplett fertig machen. Deswegen fahren wir erstmal die nächste Map hier. Nicht schon eine, die wir schon gefahren sind. MG ist scheinbar noch nicht so viel gefahren. Ich ja, ein bisschen mehr mittlerweile. Mh, haben wir schon zwei Folgen jetzt, glaube ich, aufgenommen. Das ist die dritte. Und ja, gucken wir mal, wo wir dann am Ende landen. Jetzt müssen wir erstmal Benjamin Braun schlagen. Ist das ein echter Spieler, oder? Das würde mich mal interessieren. Der hat ganz schön viel Gas, muss ich sagen. Ich muss definitiv federfrei durchkommen, denn guck mal. Naja, hab ich ihn, glaube ich, kaum überholt. Nee, er ist noch da vorne. Hä? Was ist mit ihm? Silberpfähler? Wie soll ich ihn entschlagen, ey? Was geht mit Twiles? Wie soll ich das machen? Bruder, da muss ich aber los. 38,1. Das ist ja quasi unmöglich. Was ist denn die beste Liste? Alter, okay. Gucken wir mal. Freie, Region. Da bin ich nicht unbedingt der Beste, aber auch nicht so mega schlecht eigentlich. Oh, ich wollte gar nicht in der Wiederholung gucken. Du weißt nicht, was da los ist, Freunde. Da müssen wir nochmal hin. Aber jetzt erstmal hier wieder nach Europa. Hier haben wir schon Silber in Russland. Hier haben wir uns jetzt auch Silber, würde ich sagen. In Finnland. Oder Gold sogar. Ich finde meinen Charakter besser aussehend natürlich als sein. Ist der irgendwie Turbostart oder so? Oh, fuck. Kann ich direkt mal neu starten? Der ist auch, hat auch verkackt, aber ich habe noch mehr verkackt als er. Guck mal, wo er jetzt schon... Alter, warum drücke ich nicht nach vorne hier? Kann ich irgendwie direkt... Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich... Ah, komm mal. Er hat sie ja nicht gerade hier verkackt als ich... Nee, dann... Das ist erstmal zumindest... Naht von einem Sieg. Oh, fuck. Wusste leider nicht, was man da machen muss. Deswegen habe ich ein bisschen verkackt. Weil ich noch ein bisschen zu lange gewartet habe da. Ernsthaft? Er hat es noch mal verkackt. Oh, ich bin vor ihm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier vor ihm sein werde. Aber auch wieder diese geilen Effekte hier, ne? Unfassbar. Oh, der verkackt da so mega oft scheinbar. Okay, das war dann... Möglich. Nicht Gold, war ein Fehler drin, aber... Möglich. Stufenaufstieg. Kisten machen wir immer am Ende auf, würde ich sagen jetzt. Ab sofort. Ich weiß nicht, wie viele wir immer kriegen, aber... Es lohnt sich, glaube ich, mehr. So. Weiß, ihr wollt das Stadion sehen. Ich werde es auch irgendwann machen, aber erstmal will ich hier noch... Was wird es hier machen? Lage, Bronze Baby, dann sollte doch kein Problem sein eigentlich. Bronze Baby ist doch normal voll schlecht, oder? Normalerweise. Hä? Hä? Wie fährt man rückwärts? Einfach rollen lassen? Ah, einfach rollen lassen. Ah, ernsthaft? Okay. Seht, das wird hier langsam ein bisschen trickier. Aber alles im machbaren Bereich, denke ich. Angst, der Baby ist noch ein Punkt vorher, wo ich so gehadert bin, kurz. Mal schöne Loopings machen, wenn es geht, Freunde. Okay, die Ansicht ist ein bisschen anders, gefällt mir. Ich mag das ja, wenn man auch andere Dinge wagt. Uh, alter. Okay. Das ist so ein bisschen Lime-Wire-mäßig. Kennt ihr noch Lime-Wire? Nicht der einzige, der Lime-Wire noch kennt. Nice, 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 auf jeden Fall. Hier ist dann das Ziel. Nice Map, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Muss ich echt sagen. Puh, Stufenaufstieg auch in der Tafel. Map hat mir sehr gut gefallen. Volldampf durch, hieß die. Gucken wir mal, was wir hier als nächstes machen. Machen wir mal die mitteleiterliche Irgendwot hier. Medi-Evil-Flair. Machen wir das mal. Gegen drei andere. Nicht mehr als fünf Fehler, okay. Im Normalfall schaffe ich das. Im Normalfall schaffe ich das. Gehen wir mal mit Pfeilen geschossen. Okay. Uh, da hing ich kurz ein bisschen rüber. Ein Fehler. Einer ist voll okay. Fuck, was ist denn hier los, ne? Hier ist ein Looping. Okay, war doch kein Looping. Ich dachte, es wäre ein Looping, aber... War doch keiner. Ich würde mit dem Rambock hier die Tür aufstoßen. Drei Fehler. Uh. Alter Schwede. Drei Fehler. Der war schlecht. Kronxe gerade mal verdient. Okay, okay. Das ist die Map. Das ist schlecht. Aber Stufenaufstieg, dafür hat es noch gereicht. Äh, L-Tomate machen wir jetzt mal. Schnellste Fahrlinie der Strecke macht das einen großen Unterschied. Okay, gucken wir mal. Oh, schön, wie ich den Tomatenmatsch. Wir sind hier also in Spanien scheinbar. Da gibt es ja dieses Tomatenfest. Wenn man so es gegenseitig mit Tomaten begirft und so. Ich glaube, da sind wir da ungefähr. Ah, da werfen sie auch mit Tomaten. Aber nice, dass die auch solche Sachen eingefügt haben. Da hätte ich vielleicht das Katapult nehmen sollen, oder? Oh, was mache ich da? Okay, Unfall. Ich habe aber als Dings nur Schlage-Ponze-Baby-AC. Also alles easy-sie. Alter, schon wieder drei Fehler. Das geht doch nicht weiter mit mir, Freunde. Hui. Und im C. Fonze-Baby-Schlagen ist echt kein Hindernis, sage ich mal. Da werde ich noch weggeschleudert. Ja, mir gefallen so Maps einfach, ne? Das muss ich einfach sagen. Mir gefällt sowas einfach. So. Gucken wir uns das nächste Level an. Tomatenbaron abgeschlossen. Gab kein Level ab diesmal. In Dings-Welt, die gab es auch in der Beta nicht mehr als sechs Fehler. Welches ist empfohlen? Gar keins. Nehmen wir das Bessere. Vermutlich Bessere. Ich weiß noch nicht, welches das Bessere ist. Aber ich bin auch noch am Freischalten, ne? Also alles tutti soweit. Gucken wir mal, was dann am Ende wirklich das Beste ist. Wir werden es sehen, sicherlich. Ja, das ist ein Beta-Map. Wenn ich hier einen Fehler mache, einen, dann weiß ich auch nicht. Das war das sogar eine der einfachen Beta-Maps. Das war das Bessere ist. Oh, hier hätte ich vielleicht einen Fehler machen können. Das hier war auch knapp. Oh, hier mache ich ihn dann. Okay. Ich habe noch nicht den Checkpoint eingesammelt. Den nehmen wir jetzt. Noch einen Fehler direkt hinter. Das ist gar nicht gut. Weniger als 6 sollte ich... Hä? Was soll das? Jetzt hat es funktioniert. Oh, nicht. Weniger als 6 sollte ich aber trotzdem schaffen, auch wenn es viel zu viele wird. Das mache ich dann. Vier Fehler schon. Oben am Ziel. Vier Fehler. Wie schlecht wieder. Eieiei. Und ein Stufenaufstieg haben wir uns aber auch erspielt. So, Auftrag abgeschlossen natürlich. Und das anlockt. Okay, wir machen aber natürlich noch erst den. Und dann gehen wir ins Stadion. Ja, ja, ja. Eieiei. Abschließend unter, jetzt sind es 55 Sekunden quasi. Ich habe keinen wirklichen Fehler gemacht, sagt er und machte den Fehler, geil oder? Nicht mehr viel Zeit, aber das schaffe ich gerade so, aber geschafft. Ganz knapp sogar ein Gold vorbei, ohne den Fehler wäre es wahrscheinlich sogar Gold geworden. Nice. So, dann gehen wir mal ins Stadion. Oh, Stufenaufstieg. Nice, hier ist auch noch was. Das machen wir dann irgendwann. Stadion ist jetzt, glaube ich, wichtiger. Position 4 müssen wir erreichen. Sollten wir es schaffen, denke ich. Ich würde mal interessieren, ob das hier echte Fahrer sind oder einfach random von Ubisoft erstellte. Was? Wie viel zermittelt vorne? Bin ich Vierter? Dritter glaube ich, aber. Jetzt glaube ich sogar Zweiter. Ne, Dritter. Dritter bin ich jetzt. Ja, Dritter. Okay. Das haben wir geschafft. Easy, würde ich sagen. Kappa. Nicht Gold, aber immerhin Silber. Da brauchen wir wieder mega viel, bis wir da das Level erreicht haben. Der gönnt hier noch. Okay. Ich würde sagen. Oh, Stufenaufstieg haben wir hier. Mega viel, sage ich gerade noch. Zack, haben wir es. Was ist da? Das ist auch immer so lächerlich. Oh, mega viel. Zack. Okay, ist da. Hier, bitteschön. So, gucken wir mal. Platz 2 müssen wir hier erreichen. Von 4. Okay. 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 Das ist noch alles im Lot, aber das kann sich hier schnell ändern. Aber, so wie es aussieht, werde ich sogar erst haben. Nice. Nice, 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 nice. Kann nur Gold sein. Das konnte gar nichts anderes sein, Freunde. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es gibt mehr LP, als da steht. Weiß noch, woran das liegt. So, nächste Level hier freigeschaltet. Oh, hier gibt es auch nochmal einen direkten Level. Ihr wisst, was das bedeutet, Freunde. Kiste freigeschaltet. Am Ende machen wir noch Kisten auf. Das hier ist jetzt das letzte Rennen, glaube ich. Und dann machen wir noch Kisten auf. Und dann holen wir uns da ein bisschen was Geiles bestimmt. Gucken wir mal. Zuerst beenden. Oh, Amber. Da sind wir easy erst, aber das bedeutet noch nichts, glaube ich. Ich meine, ey, ich kenne die Map ja nicht. So, easy Erster gewonnen. Ist sogar Gold. Alles tutti. Es gibt allein schon deswegen wahrscheinlich ein Level ab, oder? Gucken wir mal. Oh, nee. Es wird auf jeden Fall noch eins geben, weil wir hier das Ding gerockt haben, oder? Nie gehabt, geschlossen. Ah, da gibt es doch eins, Freunde. Zack, eine schöne Ausstattungskiste am Start. Jetzt gibt es hier auch keine Strecken mehr. Jetzt wird aber wieder was Neues freigeschaltet. China oder Asien, besser gesagt. Asiatische Novizenklasse. Das ist dann auch leicht größtenteils. Wo fängt denn da ein Mittel an? Okay, werden wir dann sehen. Ähm, jetzt machen wir erstmal noch die Kisten auf. Denn wir haben acht Kisten, Freunde. Fleißig gesammelt, diese Folge. Gucken wir mal rein. Das ist nix, wo ich denke, okay, geil. Nehmen wir mal das mit, aber... Ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, geil. Ja, was Goldnes. Aber auch nix, wo ich denke, geil. Next, please. Ich hab mich schon mal mehr gefreut über Sachen. Wir haben komplett Pech, oder was? Legendär Aufkleber. Was ist das? Ein beschädigtes Super Motorino-Kit. Roller Helm. Naja, naja. Ja, wie viel haben wir denn noch? Zwei habe ich noch. Stand da oben rechts. Okay, der Getränkhelm sieht in der Tat nicht so ganz so... Also, der sieht natürlich bescheuert aus. Gar keine Frage. Aber das ist ja mein Ziel, ne? Äh, noch einen öffnen. Das wollte ich. Und... Oh, die sehen auch ganz cool aus eigentlich, das hier. Die, äh... Carmo-Geländereifens mit Spikes. Müssen wir da mal gucken. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst, Freunde. Denn, die Folge für heute ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020